Die Möglichkeit, die Einstellungen in einem Dialog als Setup zu speichern, kennen wir bereits im Vererben oder im Attribut Viewer. Diese Funktionalität steht uns neu auf Version 30 auch im Beschriftungsdialog zur Verfügung. Ich öffne den Beschriftungsdialog und finde unten links die Erweiterung, um diese Sets anzuzeigen. Ich habe mir hier bereits einige angelegt, so kann ich mit einem Klick auf ein Set die gespeicherten Einstellungen übernehmen. In meinem Fall möchte ich für die Grundriss Ausgaben jeweils die Bauuntergruppe mit der Zusatzoption zusammengefasst nutzen, damit das Attribut pro Bauuntergruppe nur einmal angezeigt wird. Ich sehe oben im Titel das aktive Set. Dies ist auch zur Kontrolle. Sobald ich in einem der Ausgabetypen eine Anpassung mache, wird diese aus dem Titel entfernt und auch die Aktivierung links verschwindet. Diese Sets berücksichtigen natürlich die verschiedenen Ausgabetypen. So kann ich sehr gut für die verschiedenen Ausgabetypen verschiedene Attribute setzen, wie hier bei der Wandausgabe, wo ich für die verschiedenen Bereiche unterschiedliche Einstellungen nutzen möchte. Ein neues Set kann ich sehr einfach erstellen. Ich wähle den gewünschten Typ aus. definiere hier die gewünschten Attribute. Ich nutze dazu oft den Filter, um die Attribute schnell zu finden. Ich möchte in diesem Fall den Zeilenumbruch nutzen, damit die einzelnen Attribute untereinander geschrieben werden. Wenn ich diese Einstellung gerne für alle Typen nutzen möchte, kann ich hier mit einem Rechtsklick diese auf alle Ausgabetypen übertragen und wähle nun unten Set erstellen. Wähle einen Rechtsklick umbenennen und kann den Namen des Sets bestimmen. Wir haben im Kontextmenü weiter die Möglichkeit, ein Set zu kopieren, die aktuellen Einstellungen auf ein bestehendes Set zu übernehmen, wie unten das Set erstellen und dieses auch wieder zu löschen. Um die Sets auch anderen Kollegen zugänglich zu machen, lassen sich diese unten mit Speichern ins User-Profil sichern und via Laden auf einer anderen Station wieder öffnen und nutzen. Hier ein kleiner Tipp, auch die Einstellungen auf Niveau der einzelnen Typen lassen sich via Rechtsklick ins User-Profil speichern und wieder laden. In Version 30 stehen uns wiederum neue Attribute im Beschriftungsdialog zur Verfügung. Es sind dies Breite und Höhe, Real und Roh des Plattenformats und die neue Nummer der Container mit Berücksichtigung des neuen Präfix. Nebst den globalen Einstellungen ist es auch möglich, jedem einzelnen Element unter Modifizieren Optionen eine Beschriftungseinstellung zu definieren. Dazu entferne ich z.B. bei diesem Pfosten für die Ausgabelement Ausgabe die Einstellung globale Einstellung benutzen und kann hier ein Alternativattribut, zum Beispiel die Bemerkung definieren, dann greifen wir für diesen Pfosten nicht auf die globalen Einstellungen, sondern auf diese Einstellungen zurück. Dies hat dann zur Folge, dass im Dialog die Ausgabe, in welcher auch elementspezifische Einstellungen gemacht wurden, rot erscheint. Hier noch ein kleiner Tipp, unten gibt es den Knopf, alle Bauteile auf globale Einstellungen setzen, dann werden alle elementbauspezifischen Einstellungen zurückgesetzt auf die globalen Einstellungen. Als eine weitere Neuerung im Beschriftungsdialog wurden in Version 30 die Optimierung des Textes und die Beschriftungsfahne voneinander entkoppelt. So können diese nun unabhängig voneinander definiert werden und die Beschriftungsfahne auch im Zusammenhang mit einer fixen Textposition angewendet werden.